Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu dem Konjunktiv 2. Im heutigen Video lernen wir, wie wir mit dem Konjunktiv 2 Ratschläge Tipps geben können. Ratschläge geben können wir mit dem Konjunktiv 2 vom Verb sollen. Da sagen wir, ich sollte, du solltest, er, sie, es sollte, wir sollten, ihr solltet, sie, sie sollten. Da haben wir eine Situation, ich will ein bisschen abnehmen, da können wir den Ratschlag geben, du solltest Sport machen. Eine andere Situation, ich fühle mich nicht gut, da können wir sagen, sie sollten zum Arzt gehen. Meine Frau kauft viel ein, da sagen wir, ihr solltet zusammen einkaufen. Wir können auch mit dem Konjunktiv 2 vom Verb können Ratschläge Tipps geben. Ich könnte, du könntest, er, sie, es könnte, wir könnten, ihr könntet, sie, sie könnten. Eine Situation, ich habe wenig Zeit für meine Kinder, da können wir den Ratschlag geben. Eine andere Situation, im Sommer habe ich kein Geld für den Urlaub, da gibt man den Tipp, sie könnten jeden Monat 50 Euro sparen. Eine dritte Situation, wir können unsere Kollegen nicht verstehen, da kann man raten. Tipps, Ratschläge kann man auch mit dem Konjunktiv 2 vom Verb müssen. Ich müsste, ich müsste, du müsstest, er, sie, es müsste, wir müssten, ihr müsstet, sie, sie müssten. Eine Situation, ich bin oft sehr müde, da können wir sagen, du müsstest weniger arbeiten. Eine andere Situation, ich will ein Auto kaufen, aber habe kein Geld, da können wir den Tipp geben, sie müssten einen Nebenjob suchen. Eine dritte Situation, der Chef ist sauer auf uns, da können wir den Ratschlag geben, ihr müsstet mit ihm reden. Wir können auch Ratschläge, Tipps mit dem Konjunktiv 2 vom Verb werden geben. Ich würde, ich würde, du würdest, er, sie, es würde, wir würden, ihr würdet, sie, sie würden. Eine Situation, meine Arbeit ist schwer und der Chef ist nicht gut, da können wir sagen, an deiner Stelle würde ich sofort kündigen. Oder, an deiner Stelle würde ich mit ihm reden. Oder auch, an ihrer Stelle würde ich mir eine neue Arbeit suchen. Da haben wir den Konjunktiv 2 vom Verb werden mit an deiner Stelle. An deiner Stelle würde ich, so können wir es hier auswendig lernen. Eine letzte Möglichkeit für Ratschläge, Tipps geben ist mit dem Konjunktiv 2 vom Verb sein. Ich wäre, du wärst, er, sie, es wäre, wir wären, ihr wärt oder wäret, sie, sie wären. Da haben wir eine Situation, mein Mann arbeitet nicht und hilft nicht zu Hause, da können wir die Ratschläge geben. Wenn ich du wäre, würde ich mit ihm darüber reden. Oder, wenn ich sie wäre, würde ich ihm kein Geld geben. Oder auch, wenn ich du wäre, würde ich auch nichts machen. Da haben wir den Konjunktiv 2 vom Verb sein wäre mit dem Nebensatz mit der Konjunktion. Wenn ich du wäre, würde ich. So sollen wir auch es hier auswendig lernen. Das waren wichtige Möglichkeiten, mit denen wir Ratschläge, Tipps geben können. Das war es für heute. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.